So, Checkerfreunde, wir drücken den P-Knopf mit dem Lenkrad, fahren vor und blinken nach rechts. Und das sagt er uns auch schon im kleinen Display hier vorne, dass wir fahren sollen. Und zwar so weit, bis er uns anzeigt, wir sollen stoppen. So, jetzt hat er erkannt, Parklücke, zack. Und jetzt einfach nur Rückwärtsgang rein machen, nichts mehr tun, bremsbereit sein, ein bisschen Gas geben, so, und einfach das Standgas mit nutzen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt hier. Man, der ist schon groß, ne? Also, so, Außenspiegel beobachten. Mhm, mhm. So, jetzt machen wir Vorwärtsgang, dann korrigiert er noch mal. Ja, okay, wieder Rückwärtsgang rein machen. Oh, der geht schon, das geht schon leicht, und der kommt relativ früh. So. Einwandfrei hat er das gemacht, muss ich sagen. Und jetzt machen wir das Ganze noch mal vorwärts. Probieren wir das mal. Also, bis gleich. So, wir drücken wieder, wir sind auf D, wir sind auf D, machen Komfort. Lenkrad drücken, mit dem, äh, mit dem Lenkrad, also P, mit dem Lenkrad drauf, hin Knopf. Dann wieder vorfahren, vorsichtig, ich blinke mal rechts. Dann gucken wir mal, wann er was erkennt. Weiterfahren, bis er sagt Stopp, und dann rückwärts rein. So, jetzt hat er das erkannt. Jetzt kann ich noch mal drauf drücken. So, und dann machen wir das jetzt gerade andersrum. Schauen wir mal, wie er das macht. Oh, oh, es geht ja gleich schon in diese Richtung, okay. Aha, 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 okay, oh, aha, aha. Jetzt parken wir vorwärts ein, ne? Also, mit der 360-Grad-Kamera ist das Ganze noch mal ein bisschen entspannter. Ja, jo, vorwärts Gang, jawoll. Ist der denn sein Ernst, oder? Ja, ah, nochmal zurück, ja, okay. Jetzt vor, ah, ja, okay, alles klar. Jetzt macht er das richtig, komm, komm, ja, oh, ja, ja, ja. Komm, ja, also. Perfekt. rechts und links jeweils einen halben meter platz einen guten halben meter platz und steht wenn wir mal zurückfahren gucken wir mal davor wir standen sauber in der spur perfekt echt perfekt ja dann kriegt man hier noch den zoom wir können wegen der anhängerkupplung das ist natürlich auch schon cool wegen der anhängerkupplung richtig den kreis fixieren wenn man ein fahrzeug anhänger oder anhänger anhängen wollen gehe ich wieder drauf und nämlich den zoom mache hier wieder das breite schon ja dann sind alle linien da hier kann ich noch die farbe ändern etc sehr gut gemacht sehr das gefällt mir ja also die draufsicht nach von oben runter die finde ich lässig also richtig cool jetzt haben wir noch parallel rückwärts rechts einparken und dann haben wir schon so jetzt mal rückwärts rechts parallel einparken so blinken gucken wir mal ja er hat erkannt rückwärtsgang rein ein bisschen aus dem spiegel nach unten dass wir das wissen erkennen wo der lang fährt jetzt sollte ich aber rum oder macht es sauber auch nicht dass wir die 20 zöller verkratzen dort wollen wir nicht oder macht es echt sauber also da geht er ganz 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 knapp daran ja jetzt lenkt er noch ein bisschen nach rechts schätze ich mal ja sauber drin in der linie kann noch ein stück zurück jetzt sind wir ganz so vordermann drauf also muss schon sagen das war auch gut mehr brauchen wir nicht funktioniert super tadellos einfach zu bedienen einparksystem parkassistent der beim exzellenz serie ist genau beim style müsste ein extra ordnung das war schon so vergesstet unser haupt jack video vor max video haben wir noch ambiente video haben wir noch system video haben wir noch das haupt jack video haben wir noch vom kompletten fahrzeug ja bis dennne danke fürs schwaben checker schauen ja und wenn ihr weiterhin bock auf uns habt abonniert uns doch einfach oder lasst einfach einen daumen hoch da und wenn ihr uns weiter um folgen möchtet könnt ihr das über facebook youtube und instagram tun da bekommt immer neuigkeiten bilder videos was wir so treiben vielen dank dafür jetzt habt ihr hier noch drei videos wo ihr euch einklicken könnt schaut es euch an habt viel spaß wir sagen danke fürs schauen und bis bald eure schwaben checker